willkommen zu einem neuen video heute mit der 29 euro münze der bundesrepublik deutschland wieder in 925 silber mit einem wie ich finde dieses mal sehr sehr gelungenen design und zwar ist diese münze zum anlass des 200 geburtstages von ernst litfass ausgegeben wie man auf dem motiv auch sieht ich denke sehr bekannt die litfaßsäule wie man ja ich sag mal auch umgangssprachlich sehr oft erzählt auch hier ein gelungenes motiv schön dargestellt ich versuche auch noch mal den rand mit aufzufangen ganz kurz gucken ob man es vielleicht noch ein bisschen besser machen könnte ich glaube aber aufgrund der kapsel aufgrund der kapsel ist das schlecht möglich ja doch das ist leider wirklich sehr sehr schwierig so auf jeden fall die münze wo die dritte ausgabe der 20 euro münze für 2016 genau das auch schon von mir für heute vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal